Unser Gast heute ist Silke Engel, die Geschäftsführerin der Flow Consulting GmbH. Mit ihr sprechen wir über Haltung und Widerstand im Change. Liebe Frau Engel, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Und wir unterhalten uns heute über das spannende Thema Haltung und Widerstand im Change. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Sehr gerne. Frau Engel, Sie sind ja Expertin für Unternehmenstransformation und unterstützen die Unternehmen im Change-Prozess. Jetzt ist es ja so, dass manche Mitarbeiter so oder so auf die Einführung von neuen Arbeitsstrukturen und Prozessen reagieren. Was sind denn so die typischen Reaktionen? Also man kann ziemlich gut vier Reaktionen unterscheiden. Also wir haben die, die sind laut. Die hört man immer als erstes. Und zwar die, die finden es super. Die sagen, yeah, endlich macht es jemand und packt jemand an. Und die, die finden es richtig doof. Also die Vorantreiber und Vorantreiberinnen und die Gegenspielerinnen und Gegenspieler. Das sind sozusagen die ersten Stimmen, die man hört. Und dann gibt es aber noch eine ganze Masse. Und wir gehen davon aus, dass es eher mehr sind, also eher zwei Drittel, die man nicht hört. Und da gibt es auf der einen Seite auch die, die sind eher dafür. Also sie drücken die Daumen und denken sich, hoffentlich wird das was mit dem Change. Und das sind die Unterstützerinnen und Unterstützer. Und auf der anderen Seite gibt es Skeptiker, Skeptikerinnen. Die gucken sich das an und denken sich, naja, hier ist schon so viel passiert. Mal gucken, ob das diesmal was wird. Letztendlich sind es also, so wie ich es verstanden habe, vier verschiedene Typen, die ganz besonders auf ihre Art und Weise reagieren. Auf wen sollten sich denn in dem Fall die Führungskräfte ganz besonders konzentrieren, wenn sie die Erfolgswahrscheinlichkeit so hoch halten wollen, wie möglich? Ja, also da empfiehlt es sich wirklich, also wie gesagt, die Lauten, die outen sich eh. Es empfiehlt sich, auf die leisen Stimmen zu hören. Und da reicht es halt nicht einfach, reden zu halten und zu gucken, wie reagieren die, sondern da muss ich wirklich echt in Kontakt gehen. Und die erfolgskritische Gruppe sind die Skeptikerinnen und Skeptiker. Mit denen muss ich immer wieder reden, immer wieder reden. Und die dazu holen, damit ich sozusagen eine kritische Masse habe, die dann auch mitgeht, die den Change unterstützt. Und welchen Umgang empfehlen Sie denn, wenn Sie das noch ein bisschen weiter ausführen mit den verschiedenen Typen? Ja, also die Vorantreiberinnen und Vorantreiber unbedingt sofort einbinden. Als Fürsprecherinnen nutzen und einfach gucken, dass die mitmachen, dass die anpacken, dass die dabei sind, dabei sein können, weil die wollen ja. Also wenn ich die ausbremse, frustriere ich die und habe sie vielleicht nicht mehr als Vorantreiberin. Und die sind ja laut, also die wollen sich ausdrücken, das hilft also. Wenn ich die lauten Gegenspieler habe, das ist natürlich was anderes, da konzentrieren sich viele viel zu sehr darauf, im Sinne von, die sind laut und dagegen und die muss ich jetzt, da muss ich ganz viel gegen argumentieren. Da gilt es ernst nehmen, was sagen die, die Motive anhören, hören, was für Einwände es gibt und dann darauf auch reagieren und gleichzeitig aber auch zu sagen, egal was ist, der Change wird kommen. Also ihr könnt so viel sozusagen dagegen sein, wie ihr wollt, aber es wird passieren, es wird was losgehen mit diesem Change. Und bei den Leisen ist es so, die Unterstützerinnen, da gehe ich hin, mit denen rede ich früh, denen erkläre ich, um was es geht, was ist der Nutzen und so weiter. Und dann sind die quasi dabei, weil die wollen ja. Und bei den Skeptikerinnen und Skeptikern, die muss ich häufiger ansprechen. Und deswegen sagen wir, es ist so eine wichtige Gruppe, mit denen muss ich immer wieder argumentieren, sagen, warum ist das wichtig, wieso seid ihr wichtig und wie könnt ihr, was ist auch für euch persönlich drin? Die Leute wollen oft wissen, what's in for me, nicht irgendwie. Jetzt haben Sie selber gerade gesagt, kritische Masse, das wäre meine Frage gewesen. Also es gibt wirklich so eine kritische Masse innerhalb der Belegschaft, die man eventuell ganz besonders motivieren sollte und begeistern sollte für dieses Projekt, damit die notwendige Dynamik dann auch bei der Umsetzung entstehen kann? Ja, also es ist natürlich schwierig. Also wir sagen schon so Pi mal Daumen, wenn so zwei Drittel mitziehen, ist schon gut. Also da habe ich immer noch ein Drittel, das nicht mitzieht, das ist ganz schön viel. Aber letztlich kommt es natürlich nicht nur auf die Masse an, sondern auch darauf, welchen Einfluss haben die Personen. Weil es gibt ja sehr unterschiedliche Einflussfaktoren und das ist nicht die Hierarchie immer, sondern das kann auch jemand sein, der einfach oft schon Dinge vorangebracht hat und hohes Renommee hat beispielsweise. Und wenn der auf der Seite Gegenspieler ist, wird das schwieriger, das durchzubringen, auch wenn ich zwei Drittel dafür habe. Also ich muss auf Macht gucken, auf Einfluss, aber so zwei Drittel mal Pi mal Daumen wäre schon gut. Und dann ist natürlich spannend, wie wichtig die Kommunikation ist und auch die Partizipation. Ja, also ohne dass Leute mitmachen geht es nicht. Also ich kann nicht ohne Partizipation im Change losgehen. Und dafür muss ich auch irgendwie was haben. Warum soll jemand mitmachen? Also es muss mindestens irgendwie Wertschätzung sein. Es muss eine spannende Aufgabe sein. Also es gibt verschiedene Anreizsysteme. Es ist nicht Geld oder so, weil im Change gibt es in der Regel keine Gehaltserhöhung, wenn ich da mitmache, sondern das ist was anderes. Es muss irgendwie sozusagen Spaß machen, interessant sein und ich muss da Lust haben und ich muss was rauskriegen. Also Partizipation ist entscheidend wichtig, ohne das geht es nicht. Und Kommunikation ist sowieso wichtig, immer. Allerdings nicht nur flammende Reden halten, das hatte ich vorhin schon gesagt, das reicht nicht. Ich muss wirklich reden, zuhören. Ich kann Mails nutzen, ich kann Newsletter nutzen, ich kann das Intranet nutzen. Also alle Wege der Kommunikation und gleichzeitig ist es eben nicht nur Kommunikation, sondern auch sowas wie, welche Regeln führe ich ein und wie stark verfolge ich die und so weiter. Also es ist immer, viele sagen ja, Führung ist nur Kommunikation. Das ist es nicht, sondern ich muss schon auch mehr einbringen. Was wären denn die Folgen bei einer mangelnden Partizipation oder wenn man eben schlecht kommuniziert? Ja, dann wäre es sicher eher so eine, ich sage mal, dann würden die Skeptiker und die Gegenspielerinnen würden die kritische Masse von zwei Dritteln im Zweifel irgendwann erreichen. Ich habe dann starken Widerstand und wenn ich den vor allem nur sehe im Sinne von, den muss ich überwinden und die dürfen nicht dagegen sein, dann renne ich dagegen Mauern und verhärte sozusagen den Widerstand. Ich muss es als eine Art Feedback begreifen. Also da kann es zu Widerstand kommen und mit dem Widerstand, es geht nicht darum, Widerstand zu brechen oder so, aus der Zeit sind wir raus, sondern damit umgehen und gucken, was sagt mir das, was für ein Feedback ist das. Jetzt haben Sie auch gerade gesagt, Kommunikation ist wichtig, ist aber auch nicht alles und reden ist ja schön und gut, aber letztendlich muss man dann auch mal ins Handeln kommen. Gibt es denn da so eine Art Geheimrezept für die Unternehmen, wie sie vom Reden ins Handeln kommen? Also wenn es ein Geheimrezept wäre und ich würde das jetzt verraten, dann wäre es ja nicht mehr geheim. Also das habe ich nicht, aber was wir durchaus beobachten ist einfach, also einmal fangen viele Change-Vorhaben so richtig euphorisch an. Yay, jetzt packen wir, was weiß ich, das Thema Unternehmenskultur an und wir haben verschiedene Initiativen dazu. Und das ist ein kreatives Team und die haben Lust und die machen, spinnen Ideen. Und wenn es dann darum geht, das sozusagen auf die Straße zu bringen, dann fehlen oft die Pragmatikerinnen und Pragmatiker im Team, die dann auch die Details gucken, die auch gucken, dass Dinge umgesetzt werden, dass es bestimmte Schritte gibt, die ich gehen muss. Also das fehlt dann häufig. Das ist das eine. Zweite Situation, man hat die Pragmatikerinnen und Pragmatiker, man hat auch das kreative Team, also man ist quasi diesen einen Schritt weiter. Und dann trifft sich das Projektteam zum ersten Mal und dann fragt man, und wie war es denn so? Und dann sagen alle, ja, ging nicht, Alltag ist dazwischengekommen. Dann trifft man sich zum zweiten Mal, Alltag ist dazwischengekommen. Zum dritten Mal, dann spätestens dann muss man überlegen, müssen wir vielleicht echt umpriorisieren? Man kann es nicht immer on top, on top, on top, weil was wir echt viel hören, ist Überlastungen hochziehen. Und da muss man gucken, wie wichtig ist es, wie viel Freiraum können wir uns schaufeln, weil ansonsten wird es eben nicht umgesetzt. Dann lieber insgesamt ein bisschen weniger ansetzen, aber das dann auch wirklich umsetzen. Genau. Frau Engel, wir sind am Ende unseres Gesprächs, aber ich freue mich sehr, dass Sie bald wiederkommen. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Dankeschön.